Oh, da ist noch ein Geschenke-Slime. So. Gucken wir mal, was haben wir denn in den Geschenken drin? Hä? So, ich würde gerade sagen, es sind ja bloß drei, hä? Einmal haben wir... Candy Roof. Super, kann man brauchen. Candy Wall, da komm. Kekse, na ja. Candy Florio. Und? Nochmal keine Flur. So, hier. Super. Da nochmal. Nein! Was hab ich getan? Ähm. Dann haben wir hier Marshmallow. Nein, das wollen wir jetzt nicht essen. Dann haben wir ja die Dinge. So. Hä, die sind genau aufgegangen? Interessant. Eisrose. Da fehlt mir dann noch eine, so wie es ausschaut. Grass Seed. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Die Büsche hier. Eins, zwei, drei, vier. Brauche ich auch noch ein paar Büsche. Wie mache ich mir dann nochmal eine Schaufel? Kraft. Eine Schaufel hier. Brauche ich einen Flint? Der war doch auch irgendwo hier. Da. Also. Gehen wir mit. Und wir machen noch so eine Schaufel. So kann ich das nicht einfach hier irgendwie... Achso. Oh. Tut mir leid. Ach. Schaufel. Create. Und. Wieder auf fünf. Also wir brauchen einen Busch davon. Wir brauchen noch eine Eisrose. Und vier normale Dinger. Das wär's dann. Schauen wir mal. Wo haben wir da? Da haben wir einen Busch. Brauchen wir nur noch einen Busch? Upsa. So. Einen Busch. Danke. Machen wir eine Eisrose. Da ist eine Eisrose. So. Und was brauche ich noch? Achso. Die Dinger da glaube ich noch. Einmal. Ich hab vergessen wie viel ich davon brauche. Nehmen wir einfach mal ein paar mit. So. Ich glaub das waren fünf. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Die werden jetzt auch gleich schlafen. Da kann ich mir dann ihre Eier klauen. Woher schlafen die denn? Na komm schlaf mal. So ungefähr. Da droppen die dann auch Federn. Das ist irgendwie schon böse. Die Eier klauen. Da. Wolle. Klaut ihr lieber die Wolle. Stirb. Wenn die sind es also mit Schafen nicht so, dass die dann sterben müssen. Aber ich hab gehört, die leiden auch ganz schön drunter. Ui. Die Hunger. So. Oh. Ein Slime. Geschenke-Slime. Nein. So. Ich. Yay. Ein Geschenk für mich. Nein. Stopp. Stopp. So. Hier. Äh. Einmal die Eisrose. Dann war das fertig. Dann einmal. Den Busch. Wo ist er denn? Da. Busch. Dann war das fertig. Das fertig. Dann war das fertig. Und hier kommen noch vier nur noch rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Lol. WTF. Ich. Weg damit. Weg damit. Schön hier die Samen klauen. So. Mir wird das nicht mehr passieren. Dass mir hier dann ganz die Samen ausgehen. Ganz im Vergessen-Spiel. Machen wir jetzt erstmal ein paar Stecksel-Samen. Ja. Schön. Hat hier doch schön geerntet. Ich geh ja schon neu. Nein, 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 nein. Ich. Puh. Das war knapp. Das war knapp. Geschenk. Fenster. Jo. Wieso ist es hier hell oder nicht? Leuchtet der Tannenbaum? Ja, der leuchtet. Dann war hier die Fenster. Schokoladenboden. Die Wände. Und. Achso, ja, Kekse. So. Ach. Haben wir da noch irgendwas drin gehabt? Sonst? Nö. Mal gucken. Das Materialien. Wenn ich hier die Mana-Dinger verkaufe, würde er eigentlich relativ gut gehen. Wie viele Mana-Dinger brauche ich eigentlich, um einen Trank herzustellen? Na, da brauche ich nur eins. Ist nicht viel. Da brauche ich ein Eis. Ein großer Mana-Ding. Da brauche ich schon zwei. Ist egal. Ich mach's mir schon wieder nach. Guck doch mal. So. Upsa. Nein. Wollte ich nicht tun. Äh. Hier nochmal ein Wolle. Puh. Tut mir leid. Mh. Ich mach mal hier. Das will ich verkaufen. Das will ich verkaufen. Und das will ich verkaufen. Und das auch. Weißt du, wie gut geht das auch noch. Dann soll ich eigentlich schon mal 50 haben. Ich packe jetzt einfach mal die Samen noch hier mit rein. Das Mokos kommt woanders rein. Genauso wie das Ding. Und die kann ich eigentlich auch verkaufen. Mal gucken, ob's reicht dann für ein großes Candy. Da ist es nicht dran. Hier. Das ist Mokos. Achso, warte. Das ist Mokos. Das ist Eis. Ha. Ja, da ist ein Unterschied. Wo ein Grass Seed. Ich muss ein guck. Marshmallow. Pack mal hier hin. Ich muss das alles noch ein bisschen besser sortieren. Muss ich dann auch mal schauen, wie ich es am besten sortiere. Mhm. Achso, hier. Ja, da. Ich. Super. Dann passt ja hier alles schon wieder. Dann gehen wir mal und schauen, ob wir... Warte, dann holen wir den Samen nochmal weg. Achso, können wir auch hier hinpacken. Mal gucken, was wir hier alles verkaufen können bei dem Typie. Jetzt hab ich natürlich hier da einmal das Licht weggemacht, war ja klar. So. Das können wir mal kurz ernten nochmal schön brav. So. Ich. Ist ja schon wieder alles nachgewachsen. Brauchen wir auch die Materialien. Ich möchte jetzt auch das Large Candy kaufen. So. Ist ja wichtig. So. Ein Stöckchen einsammeln ist auch immer wunderbar und gut. Sehr, sehr nützlich. So. Hier immer weg. Ja. Und da. Nein. Nein, 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 nein. Nein. So gut. Ich muss zwei reinpflanzen. Wie kann ich denn am besten die Sachen teilen? Geht nicht eins, zwei. Oh. Ich. So. Eins. Und eins. So. Jetzt gehen wir einfach mal weg da. Gehen wir zu dem einen Typie und holen wir, wie gesagt, schauen wir, dass wir uns ein Large Candy holen können für die Kleine. Ich weiß ja, das funktioniert. Ja, der Chibi ist ja weg. Ich glaub, der steht bestimmt bei der Karavane. Ich glaub, soweit hatte ich schon mal gespielt. Und das ist dann ein totaler Trottel und das war dann alles total schwer. Und das ist dann auch mal gespielt. So. Hier, open. Und das ist dann auch mal gespielt. Hallo, Joey. Ich möchte gern was verkaufen. Wenn ich jetzt hier verkaufe, zum Beispiel hier Marshmallow. Ich krieg so viel für das Marshmallow. Purple Sweet ist 100. Die haben die Preise geändert. Hä? Green Herb. Ach, der ganze Stack Green Herb gibt 375. Marshmallow ist ein Zehner Stack, gibt 1500. Hm. Das ist interessant. Gibt das hier? Hä, hä, lol. Gibt gar nichts. Marshmallow ist... Hä? Was war das wieder? Ganz normaler Marshmallow. Eisrose. Hä? Eisrose gibt so gut wie gar nichts. Dann verkaufen wir Marshmallow. Kaufen wir. Also 1500. Wah, wah, wah. Gut, ich möchte einmal Large Candy, danke. So. Na, du. Oh, for me? Thank you. Thank you. Thank you. Bitte schön. Here you are. This is my favorite toy. Take it. I want you to have it. Really? Ah. Danke. Wo ist es? Wo ist dein favorite toy? Hallo? Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Keine Ahnung, wie ich es sehen kann. Take it. Ja, ich habe es getaken. Ich sehe das nirgends. Kann ich da jetzt wirklich nicht mehr mit der sprechen? Hm, naja. Vielleicht ist es jetzt in dem Candy-Rack-Dingens. Warte mal, was hat er denn sonst noch zum kaufen? Hätte ich gar nicht so viel fahren müssen, da ich das jetzt hier geändert haben. Candy-Core. Candy-Core. Candy-Core in Lollipop. Large Candy. Candy-Sword. Hm. Ich frage mich, wie lange das hält. Keine Ahnung. Zumachen. Das ist schon mal schön. Wenigstens etwas. So, na dann, gehen wir mal nach hause. Und packen dann doch das ganze Zeug weg. Weil, hat nicht so viel gebracht. Wir gucken auch mal, was wir für ein Spielzeug bekommen haben. Sie meinte ja, wir bekommen ein Spielzeug. So, das ist das Ding. Wir haben ja gleich so ein Spielzeug-Dingens. Oh, hier, da sind schon wieder die Samen da. Hm. Dann könnten wir ja, glaubt man, die Dinge jetzt schon mal ernten. Dann können wir ja überall die Samen da einpflanzen. Bevor es dann wieder Nacht ist. Ich mach das gerne. Ich könnte das den ganzen Tag machen, so mal ernten, pflanzen, ernten. Bin ich so der Typ für. Wenigstens muss man es hier nicht gießen. Ich dachte jetzt grad irgendwie so an Star The Well. Da dachte ich mir so, boah, nö. Voll uncool. So. Ich kann alles schön einsammeln überall. So. Kann man hier auch gleich nur das Zeug einsammeln, damit es überall weg ist. So, sehr schön. Alles schön abernten. Man kann ja die Dinger täglich ernten, so wie es ausschaut. So. Und ... Purple Sweet pflanzen. Höh, jetzt wird schon wieder dunkel. So. Da und hier. Ich kann rückwärts pflanzen. Das ist cool. Die kann hinter sich pflanzen. So, ich muss mal eine Saatkiste machen. Ups, nein. Doll. Die Dinger sind einfach schon gewachsen. Naja, egal. So, passt schon. So, passt schon. Man will es nicht übertreiben mit dem Ernten. So, wieder zumachen. Das hier wird jetzt die Saatkiste. So, hier, Samen. Hm. Ja, das war es dann auch schon mit den Samen, so wie es ausschaut. Hm. Das hier. Da haben wir Samen. Hier haben wir Samen. So. Hm. Da ist eigentlich Material dran, ja. Und da sollte auch Material rein. Und das hier wird dann noch die Essenskiste. So. Das ist... Warte, das ist auch Essen. Verdammt. Das ist ein Material. Ach so, oh, passt nicht mehr rein. Nein. So, das haben wir gesagt, wird Essenskiste. Essen. Wir brauchen noch eine Kiste für Pots, vielleicht. Jetzt mal schauen. So, Marshmallow. Die Dinger. Dry Herb ist ein Material, kann man aber auch essen. Braucht man Green Herb, auch für irgendwas. Weiß ich grad nicht. Ist auch das was zum Essen. Purple Sweet kann man essen. Kurz gucken. Dry Herb. A Rope. A Rope. Dry Herb. Cloth. Ich glaub das war's dann schon. So. Hier das Zeug. Raus damit. Ist auch weg. Ist das Material. Das ist ein Bäumchen. Ich glaub wir können das fast dann so machen. Nein. Nicht so. Nein, so nicht. So. Und das man... Eier hin. Toll. Purple Sweet. Purple Sweet. So. Man müsste fast irgendwie... Ich glaub die Dinger, die Tränke baue ich dann noch mit rein. Zu den... Zu der Samenkiste. Sonst war ja nicht genügend Platz. So. Kommt das Zeug hier hin. Da ist die Samenkiste. Da packen wir jetzt das Zeug hin. Marshmallow. Marshmallow. So. Das auch. Und dann haben wir hier einmal. Das da. Und das da. So schaut's gut aus. Zumindest find ich das gerade im Moment noch. Da unten rein. Hier haben wir einmal Mokus. Einmal Snow. Da kommt Monsterzeug rein. Und fertiges Zeug. Und in die andere Kiste. Kommt Zeug, was man anbauen und abbauen kann. Find ich fast sinnvoller. So. Das ist Monster Drop Zeug. Das kann man sammeln. Das kommt vom Monster. Und sammeln das Zeug. Eigentlich könnte man es so lassen. So. Ähm. Mal hier Stöckchen. Und Dry Herb. Das kommt weg. Dafür kommt hier Schnee hin. Und. Ne. Schnee machen wir gleich hier hin. Und das da. Stein. Und Feuerstein. Und hier kommen wir mal Holz hin. Irgendwie so. Ich glaub nicht, dass mir alles reicht. So. Und hier haben wir gesagt, kommt nochmal das Stück Wolle hin. So. Irgendwie so passt das dann vorerst schon mal. So. Jetzt haben wir eh gleich wieder Tag. Wir wollten ja noch in die Map gucken. Und wo die Karawane ist, ist hier. Da waren wir noch nicht. Wir müssen gehen aber jetzt auch gleich noch nicht hin. Wir müssen erst mal die Bäumchen pflanzen. Also machen wir jetzt erstmal die Bäumchen. Dann können die schon mal wachsen. Dauert hoffentlich nicht so lange. Dann können wir uns auf den Weg zumindest schon mal machen. So.